Für viele ist das Thema Jahrgangs-Whisky ein ganz großes Thema. Man ist begeisterter Whisky-Trinker, vielleicht auch Sammler. Man möchte aus seinem Jahrgang, aus seinem Geburtsjahr ein Whisky zu Hause stehen haben. Ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt. Ich habe mich auch um ein Jahrgangs-Whisky kümmern wollen. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin erst 1985 geboren und tatsächlich kurz vor meinem 30. Geburtstag kam mir so der Gedanke, du könntest ja auch mal ein 1985er Whisky besorgen. Die Idee hatten leider in dem Jahr sehr viele, denn die meisten wollten sich eben zum 30. Geburtstag selbst beschenken mit einem Whisky aus jedem Jahrgang. Ich bin lange auf die Suche gegangen und habe dann letztendlich bei eBay eine Flasche gefunden und zwar war das ein Mordlach. 1985 destilliert und ich glaube, der war elf oder zwölf Jahre alt von Signatory Vintage mit 43 Volumenprozenten. Das sind diese Dosen, die so Cremefarben, Kupfern abgesetzt sind. Allerdings hatte der nicht oben so einen Deckel, wie es heute der Fall ist, sondern man konnte die Dose in der Mitte so gegeneinander drehen und aufmachen. War ganz cool. Ich habe dann meinen Whisky gefunden, war happy. Allerdings ist es bei mir so, dass ich nicht wirklich ein Whisky-Sammler bin. Ich kaufe jede Flasche mit dem Hintergrund, die irgendwann aufzumachen und so wurde auch dieser Mordlach aus dem Jahr 1985 bei einem meiner privaten Tastings aufgemacht. Am Ende wurde mir auch noch die Resteflasche, die Anbruchflasche abgeschwatzt, die war dann weg. Keine Ahnung, wo die sich jetzt heute befindet, aber ich hatte meinen Jahrgangs-Whisky. Habe mich seitdem auch nicht mehr wirklich mit dem Thema befasst. Habe mir eigentlich jetzt eher Gedanken gemacht, was schenke ich meinen beiden Söhnen für Whiskys. Und das Ganze ist so ein bisschen aus dem Zufall heraus entstanden. Ich bin in vielen Facebook-Gruppen zum Thema Whisky aktiv. Da werden natürlich auch Flaschen verkauft von Privat an Privat. Und eines der Mitglieder einer Gruppe hat mal einen Kill Homen Loch Gorm verkauft. Das ist die schwarze Box, komplett in Sherryfässern gereift, zu einem absoluten Schnapperpreis. Und da musste ich zuschlagen. Ja, das war der hier. Zu Hause, als die Flasche ankam per Post, habe ich dann natürlich geguckt, ob alles okay ist mit der Flasche. Ja, war alles okay, sogar Parafilm drum. Und ich mustere die Flasche so und dann fällt mir auf, Moment mal, destilliert 2009. 2009 ist das Geburtsjahr meines ältesten Sohnes. Habe ich mich gefreut und gucke weiter die Flasche an und denke mir, das gibt es ja wohl gar nicht. Wenn man sich jetzt die Buchstaben von Kill Homen anguckt, dann findet man da ein C, ein O, ein L, ein I und ein N. Mein ältester Sohn heißt Colin. Und wenn man das Ganze jetzt weiterspinnt, H, O, C, K. Auch die Buchstaben des Nachnamens. Colin Hock. Komplett hier drin vertreten im Etikett. Sein Jahrgang. Perfekt. Da habe ich tatsächlich unbewusst seinen Jahrgangs-Whisky gefunden. Und er passt halt auch noch mit dem Namen. Hat mich dann aber vor ein Problem gestellt, denn ich habe noch einen zweiten Sohn. Den Liam. Und den Gedanken habe ich natürlich dann weitergesponnen. Denn in dem Namen Kill Homen, L-I-A-M, ist auch sein Name drin. Also musste ich auf die Suche gehen nach einem 2012er Kill Homen und habe den dann auch gefunden. Hier kann man es lesen. Destillt 2012. Das ist der Kill Homen Red Wine Cast Matured. Das ist dann von meinem kleinen Sohn, der Jahrgangs-Whisky. Die bekommen die Whiskys zu ihrem 18. Geburtstag. Ob sie die dann aufreißen und mit mir zusammen genießen, das ist ihnen überlassen. Es sind dann offiziell, wenn sie volljährig sind, ihre Whiskys, was sie damit machen, sei denen überlassen. Ja, coole Sache. Da konnte ich mich jetzt ein bisschen austoben. Wenn es jetzt mit meinem Jahrgang zu vernünftigem Geld nicht mehr klappt, dann habe ich halt jetzt was für meine Söhne hier. Kill Homen ist ein super Destiller auf Eila. Die jüngste, die Single Malt Whisky anbieten kann von den acht. Und hat viel Potenzial. Deswegen finde ich es cool, dass ich hier quasi unbewusst die Sammlung meiner Söhne hier beginnen konnte mit diesen beiden Single Malt Whiskys. Schreibt mir gerne rein, was eure Jahrgangs-Whiskys sind unten in die Kommentare. Sowas lese ich immer gern. Ganz einfach, weil es interessant ist. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!